Und weiter geht die Rätselreihe. Und wir sind jetzt in Agropom und hier ist das zweite Rätsel. Hab ich recht? Und hier waren wir schon mal sogar. Dort war nämlich... Die pushen ja richtig, das sind vier Mann oder so. Die waren im See. Von hinten. Die sehen mich, aber ich sehe sie nicht wegen der Böschen. Okay. Genau. Und ich glaube, dass dies dort war? Die Richtung, ne? Okay, wir brauchen shelter. Ich weiß, wo einer ist, aber der ist ein bisschen weiter weg. Ich werde so den Bolzen in die Hand nehmen. Ja doch, wir laufen dahin zu dem. Energypfein pfeifen. Echt? Ich mach's. Ich will Meter machen. Junge, Junge, Junge. Aber mir war's schon klar, ne? Wir hätten's länger nicht mehr. Ja. Ich glaube, alle zweieinhalb Stunden. Hm. Er hat's kurz gepiept. Hier nochmal. Oh, hier gibt's auch. Ja, hier auch. Der erste Damage wird gleich eintreten. Der erste Damage kommt. Digger. Bullies. Ist das hier? Uiuiuiuiuiui. Azi. Azi. Wiss der runter? Eigentlich nicht. Wir sind noch irgendwelche Eier oder keine Ahnung, wie es da ist. Wir sehen uns wenn die Mission aufhört wird. Bis gleich. Bis gleich. Lass mich los. Und weiter geht die wilde Fahrt. Let's go. Weil Energy knall ich jetzt nicht rein. Nein nein wir laufen die drei Meter nach. Ey Huni hat mich so richtig gefistet ne. Beim rennen. Ja scheiß auf aufs Signal. Komm machen wir die Kacke fertig. Eben. Dafür finde ich aber immer Zeit. Dafür muss ich mir Zeit nehmen. Naja ist Aluminium. Den Scheiß brauche ich nicht mehr. So warte lass mich orientieren. Okay da. Oh schneller. Och die Ratten wieder. Es nimmt kein Ende. Ja die hat aber auch ne Ausdauer. So kurz ist wie eine Mine. Ähm. So ich hab komplett äh vergast wo wir jetzt stehen geblieben sind halt. So auf jeden fall die zweite Regel ist das Haus hier. Hier waren wir schon mal. Genau. Hier waren wir schon mal. Momentan wir ein paar schöne Dinge gemacht. Ja. Ja. So die Frage ist jetzt. Ui da hat jemand. Und das nämlich mit hier. Kurzen Abschläge machen. Das ist nett. Das ist nett. So. Ääh. Ääh. Das Haus. Bam. Ääh. Ääh. Dann nehmen wir da ran von zwei. Müssen wir in zwei. Ja warte ich kann's ja glaub ich sogar. Da ist ein Rucksack. Da hinten siehst du den? Da hinten auf dem Table. Ist da ein Fenster? Mh ne. Also eine Möglichkeit. Vielleicht sterbe ich daran. Was zieht das? Wenn wir sozusagen hier und dann gleich ums Eck ums Haus hier. Mh. Mh. Machen wir kurz nen Taster. Ok 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 ok. Das waren zwei. Das waren zwei. Geil. Erstmal gegen Helm. Ey ich probier halt mich hier irgendwie durch zu glitschen ne. Kommst du also nicht durch oder? So heißt man hält ungefähr. Auf 44 bin ich runter gegangen. Ich kann drei Hits insgesamt auswählen. Der vierte wird mich umbringen. Ääh. Aber wo wo. Also. Was denn? Aufs Fenster? Obwohl. Nein nein hier rechts ums Eck. Jetzt? Ja. Ein Hit hab ich schon bekommen. Ok ja. Ok. So. Und da hinten. Komm zurück. Hier ist gut. Und da hinten ist der Backpack. Let's go. Ja. Guck mal. Ja. Ja. Ich hab's gesehen. Okay schön. Und. Lauf doch einfach durch. Nein. Ja. Und jetzt laufen wir zum dritten. Der in Cordon ist. Also wieder zurück. Kein Speed. Speed wär eigentlich besser. Können wir machen. Aber erstmal hier. Hä? jajaja. Ich will keinen Schwirmkurs besuchen. Wollen wir nicht Suicide machen. Ich lauf. Na gut. weil hier sind wir train theoretisch noch closer dran weil wir müssen komplett darunter einfach laufen wird auch irgendwann keine lust mehr die akonie ganz neue wege sag ich dir den kennen wir schon den weg selbst ne 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 komm weiter die geld haben wir nicht wo bist du einfach durchspringen ich gehe so außen rum also ich und lava sind keine guten freunde das kann ich jetzt gleich sagen aha da hat er den red bull erst mal gesippt siehst du nie wieder ich merke schon was der hier für rucksäcke durchsucht wenn die zahl auf fünf steigt das auch immer schön job hey brother good evening was kopfst du in den bäumen ab nein nein ich hab dingster die woanders nein ich hab hello gesagt deswegen hab ich noch rumgeguckt die commands wo mein tab gedrückt also wer da hinten nockt ist es entweder ein dingster reingelaufen oder wurde gekehlt mit mir zu viel geschossen doch der dollar kannst du laufen ich nicht auch gut müssen nicht schnell genug ja dachte ich mir dass hier auch leute rumlaufen ich muss noch ein paar meter machen also alles ruhig let's go man wieso ist ein teleportationen denkst du so groß kann ich jetzt laufen ohne probleme ok ich muss grad nachdenken wo die dritte werde ist welche genau das muss auf jeden fall runter das weiß ich Habe ich doch vorhin aber gesagt. Deswegen wollte ich eigentlich Suicide machen, weil es schneller geht. Ich bin ja gespannt, wie ein Flitzebogen ne. Links. Hallo. Ich muss kurz, ich guck mal kurz auf der Karte. Das war doch eigentlich das Dorf, oder? Das war... War das das Haus? Ich bin grad nicht sicher. Ja komm. Ja, dort ist das... Okay gut, ich weiß es ungefähr. Ja, sollte ungefähr das Haus sein. Das war brenzlig. Nein, nein, nein. Wir machen Mieter. Hm, nee. Okay, das sind unsere. Dann nochmal Karte check. Okay, genau vor uns das kleine, nenne ich mal Dorf. Und da das Haus, dürfte das sein. Also eins davon. Okay. Oder jetzt soll kein Haus, es war ein Bunker mehr. W... 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 3 2 hier das ist das hier ab runter hier ab in den keller und da ist es der letzte ist bei der dump ganz oben dann würde ich sagen freunde sehen wir uns oben in the dump bis gleich so wir sind in the dump und ich glaube hier oben beim see soll es sein wenn die zahl auf 3 hoch geht und denke ich mir vorne 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 wenn gerade ins wasser gietet das heißt in vorne markieren gließt beim haus drinnen ja das kann sein wir müssen jetzt ins wasser in der mitte ungefähr ist ein teleporter oder da dürfte jetzt rechts rechts auf der straße er hat uns nicht gesehen wir könnten ihn lasern naja jetzt ist er schon blöd hier sind zu viele bäume machen pass ihn komm mit meine kleine mehrjungfrau da siehst du im metall dingster da gehen wir kurz hin okay ja hier ist nichts wo bist du zum metall dingster geschwommen ja ich bin aber hier ist nichts dann schon ein bisschen weiter da rundum ja wo sollen hier was sein da ist ein teleporter hier ist nicht ich bin ich auf irgendeinen scheiß turm wir sind jetzt wieder in agropom den ort kennst du guck mal hier kann man sitzen ein bisschen was trinken so jetzt nicht zu weit droppen bitte also ist nicht so schlimm wenn du zu weit droppst komm mal bitte ein hoch also das mit den leitern ist hier aber auch der größte aids faktor den es gibt wirklich so guck mal wer hier ist moin meister oh yeah oh yeah you know i'm gonna pull your fangs out if you don't stop talking in riddles i solved your riddles will you give me the receiver well this love doesn't just apply to the jungle the meister jskんな mich OD en in go on j o a g Na ja, ich versuche mein Bestes. Ich werde definitiv nicht missen, während der Sonne. Ach du scheiße. Ich versuche mein Bestes. Entschuldigung. Du findest den Weg unten. Goodbye Snake. Alter Leggummi, Junge. Hat er irgendwas hier, was man hier noch stehlen könnte? Nö, wa? Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte. Ich weiß nicht, wo es rauskommt. Hm. So, wir müssen jetzt nämlich zurück zu The Pit. Oh, nee. Glaub ich, ist das das Beste, was wir machen können. Hier, direkt rein? Soll ich mal rein? Ja, ja, komm. Oh, cool. Oh, wir sind draußen. Moin. Ich dachte, das wäre irgendwas besonderes. Das ist ja langweilig, ey. So. Dann gehen wir mal in Richtung The Pit. Das hört sich sehr gut an. Und guck mal, was wir dafür bekommen für den. Für die Riddles of the Light. Weiß nicht. Weiß nicht. Für die Riddles of the Light. Aber ich glaube, dann hört es irgendwann auf. Ja, nee. Dann dump. Let's go. Nehm ich auch mal an Energy. Eine. Ah. Tschüss. Yout Einfach mal genießen. Was denn? Na die Stille. Na ein bisschen mehr mit dem Rücken ballert. Ja deswegen, einfach mal genießen. Na siehste, geht schon auf 3 hoch. Ich mach schon mal meine Waffe raus. Oh Junge. Der muss aber auch alle durchsuchen hier. Mal schnuppern. Und noch links. Oh weißt du noch, wie der Typ hier einfach dissipiert ist? Mhm. Ja. Der hat uns Gary gepottert. Gary gepottert jemand. Hat er kurz nen Spell gemacht und dann ist er weg. Mhm. Den Suicide Spell, Junge. Ja. Ich hoffe, wir sehen die Schlange nie wieder. Nee. Alter. Bin ich blind. Du Wichser. Alter. Stell dir mal vor, ich wär jetzt in der scheiß Anomalie reingerannt. Nein, hier ist doch nichts. Das sind doch nur 4 Sekunden. Ja, aber ganz schön lange 4 Sekunden. Nein. Willst du nochmal für die Kamera lächeln? Lass es bitte. Zwei Stück hab ich noch, glaub ich. Let's go in the dump. Äh. The pit. The pit. Vom Müll. Zum Loch. Wir bessern uns aber auch immer mehr. Oh lol. Weißt du, was ich für eine Tüme bekommen hab? Nö. 10.000 Bowls werfen. Ist nicht schlecht, wenn ich drüber nachdenke, ne? Wollte ich vielleicht auch mal anfangen, mal. Zehntausende? Ich mach heut noch die 100 Fall, let's go. Nee, nee, nee. Ui, ui, ui. das stimmt ja ich muss ja wieder runter zu diesem scheiß professor ein scheiß spinnweben hier wo ist er ja freunde dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal in der bar bis dahin